Jawoll, wir können eine Vorratslieferung öffnen, let's go! Beste Waffe incoming! Ey, Leute! Wasch da los? Und heute sind wir beim letzten Tag des 100 Abonnenten-Specials Und wir zocken heute mal wieder eine Runde AdWords vor, wir unterstellen uns hier direkt mal ne Klasse Ich denke mal, dass ich mit der HBR zocke, hab ich echt ziemlich Bock drauf auf die Waffe Und, oh, ich hab die M16 mal gezogen, nice Äh, ja, die Insanity, ich weiß jetzt nicht, gar keine Aufsätze frei, sehr nice Äh, ja, keine Ahnung, spielen wir kugelsichere, flinke Hände auf jeden Fall und Strahldämpfer, ist immer gut Und als Punkteserie hier so ne Drohne und dann schön noch, äh, sehen wir noch Gefahrenwarnung Verlängerung und Tempo Hier nehmen wir direkt ne andere, nehmen wir gleich mal Systeme, hier haben wir mit Verlängerung, Verlängerung und Systeme deaktiviert Und als letztes nehmen wir doch, was nehmen wir, doch nehmen wir den Warbird Und machen wir Verteidiger, Verlängerung und Raketen rein und sehen uns dann gleich im Game wieder So, jetzt sind wir im Game und, äh, zocken ne Runde auf Ich weiß gar nicht, wie die Map heißt Wer wird hier bitte im Gefängnis, ich hab ewig nicht mehr Konzorfer gespielt, zumindest nicht diese Map und Glalilu und ich bin schon wieder tot, geil Okay, so, wie sieht man an, sehr gut WTF, oh, den haben wir halt geholt, aber nur ganz knapp Ey, der campt da nicht, oder was Wir nehmen jetzt mal die Obsidian Seed raus Ohne Aufsätze, bockt die Waffe irgendwie nicht, hab ich das Gefühl Oh, nice Sehr gut Oh, yes Nur mal so nebenbei, also das ist heute der letzte Tag des 100 Abonnenten Specials und Ähm, gleichzeitig der letzte Tag, dass ich irgendwie Let's Plays oder so mache oder Spiele zocke Ab nächster Woche dann kommen wieder Glitches, Infos, News und alles sowas zu spielen Okay, hello WTF, geh weg, Alter, mit deinem scheiß Panic Knife, Junge Wann sich gleich verpissen Um zwei Punkten zurückliegen wir Nice Jetzt, äh, holen wir den Mit der 100er Prezi Ja, easy Er campt in der Ecke, alles klar, halt im Maul Komm noch Oh, blutrünstig Jawohl Den haben wir Bämst, Junge Och, was 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 Jolls, ob Komm her Jawohl Ja, brauchst ich gar nicht dahinter zu verstecken, ich fühle dich sowieso Ich hab schon wieder nicht die Flagge bekommen, ich raste komplett aus Oh, die ist ja voll OP, Mann So, haben wir die Runde aber wenigstens gewonnen Gar nicht mal so schlecht Uuuund Ich würde sagen, wir spielen in so irgendeinen Fun-Modus wie Infiziert oder was hier so, mal gucken und sehen uns dann gleich wieder WTF Ohne Witz, Mann Jetzt, wo ich kein AdWords Waffe Spiele, äh Spiele kriege ich hier eine legendäre Waffe oder was ich Rasch komplett aus So, wir wollen direkt in eine Runde Waffenspiele reingeworfen und Ziehen wir einfach mal eine legendäre Waffe, warum nicht? Und dann, wenn ich kein Info-Modus Waffe mehr spiele, das kann nicht sein, Alter Komm her, jawohl 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 Komm noch Oh, jetzt hab ich dir dein Leben gerettet und dich hab ich geholt Hä? Hey Digga, wie scheiße ist die Bulldog? Oh mein Gott, wir haben Revolver Oh mein Gott! Da wollen wir ganz schön hart zerfickt, doch wir haben ihn trotzdem geholt WTF Wir haben hier so eine schwule Laserwaffe Die ist ganz schön OP finde ich Und wieder eine Shotgun Yes Oh, wir holen die 100er Prezi raus Ja, jetzt hab ich ihn jetzt Achso, ich hab ne Shotgun schon wieder BAMS Und jetzt hab ich ein kleines Teil, Alter Oh, das Ding geht richtig ab, Alter Komm noch Oh, wir haben ne Sniper Jetzt wieder Sniper Profi Jawohl Oh shit Oh shit Wir machen direkt noch jetzt ne Kiste auf Und dann beende ich doch das 100 Abonnenten Special gleich So meine Freunde, jetzt machen wir nochmal schnell ne Vorratslieferung auf Let's go Oh shit Oh shit Ne Donner, ne Donnerbüchse Hehehe Digga, das ne freshe Waffe muss ich sagen So, wenn euch das 100 Abonnenten Special gefallen hat Dann vergewaltigt jetzt doch doch nochmal den Like Button Und ab nächster Woche wie gesagt geht's dann wieder mit Tricks, Infos, Glitches und so weiter Los Und ich wünsch euch noch einen schönen Tag Haut da rein Ciao